Mit der Duette-Folge ging die Jubiläumsstaffel zu Ende. Es wurde noch mal emotional, und der Flirt zwischen Clueso und Neumann fand ein jähes Ende. Schluss, aus, vorbei, nach sieben gemeinsamen Jam-Sessions im schönen Südafrika ging die Jubiläumsstaffel von Sing meinen Song, das Tauschkonzert mit dem großen Duette-Abend zu Ende. Ein letztes Mal kamen Gastgeber Johannes Oerding, Montes, Clueso. Ali Neumann, Lea, Stefanie Klos von Silbermond und Nico Santos zusammen, um die vergangene Staffel Revue passieren zu lassen. Zum Abschied schmierten sie sich noch mal viel Honig um den Mund, lagen sich oft in den Armen, verdrückten die eine oder andere Träne. Und Clueso kassierte einen Korb von Ali Neumann. Klar, gesungen wurde auch. Fünf Duette standen auf dem Programm. Los ging es mit Play with Fire von Nico Santos in der Clueso-Version. Ganz in schwarz gekleidet rockten die beiden drauf los und brachten ihre Kollegen allesamt zum Tanzen. Ich will niemandem zu nahe treten. Aber ich glaube das ist mein Lieblingslied der Staffel, lobte Montes. Den müsst ihr in dieser Version rausbringen. Montes selbst stand mit Lea auf der Bühne, um wenn du mich lässt zu singen. Das ist der Moment, auf den ich mein ganzes Leben hingearbeitet habe. Gestand der erklärte Lea-Fan. Ich hab dir in deiner Sendung schon gesagt, wie viel der Song mir bedeutet. Top 5 All-Time bei mir. Entsprechend gefühlvoll fiel die Performance der beiden aus. Wenn er singt, dann ist geil. Aber wenn er redet. Auch Ali Neumann war gleich zweimal dran. Mit Johannes Oerding sang sie ihren Song Orchideen. Hand in Hand gingen die beiden auf die Bühne. Und wirkten schnell wie in einer anderen Welt. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ihr da noch wart, sagte Neumann anschließend in Richtung Couch. Wir waren gerade voll in unserem Film hier, bestätigte Oerding. Danach durfte Neumann dann noch mit Clueso ans Mikro, ihrem allerersten Deutschmusik-Crush, wie sie es in seiner Folge genannt. Und damit für ein gewisses Knistern zwischen den beiden gesorgt hatte. Heute ist meine Chance, Cluesos Herz zu erobern, grinste sie, bevor die beiden Cluesos Song Paris sangen. Ich will auch wieder so einen Prom-Dance. Bitte, sagte Nico Santos noch. Und tatsächlich hatten sie eine kleine Dance-Performance einstudiert. Ist das so gut? War man sich auf der Couch einig, was dazu führte, dass Neumann verlegen wurde. Jetzt kann ich wieder nicht zu dir gucken. Sagte sie zu Clueso und versuchte das Ruder dann noch schnell herumzureißen. Eigentlich nervt der mich. Wenn er singt, dann ist geil. Aber wenn er redet... Hört's auf! Großes Gelächter auf der Couch. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt so gut! Ich bin jetzt so gut! Untertitelung des ZDF, 2020